Ja und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Syndicate, einer neuen Folge. Und wir sind hier im Stroh, im Heuhaufen und wollen hier uns einer kleinen Templerjagd widmen. Na komm, runter. Und tschüss. Okay, das sind ein paar. Mal hier in Schleichmodus gehen. Na komm, na komm. Ah shit. Gute Nacht. Die Wurfmesser sind natürlich schon cool. Na komm. Gute Nacht. Sehr schön. Okay, weiter. Das ist natürlich jetzt gar nicht so toll. Hm. Shit happens. Ein paar Wurfmesser hätte ich ja noch. Der ist zu weit weg. Die sind zu weit weg. Okay. Okay, gehen wir da rüber. Oh oh. Shit happens. Eins von oben wäre natürlich sinniger. Sehr schön. Mist, zu weit. Oh oh. Okay. Runter, 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 runter. Runter. Oh, Alter. Gibt's ja nicht. Oh oh. Wurfmesser bitte. Na komm schon. Oh oh. Gute Nacht. Ja, geh mal nachgucken. Nein, shit. Oh oh. Okay. Lagepeilen. Da hinten. Captain Hargreyf. Ja, ja. Bla bla bla. Ähm, ähm, ähm. Wie viel Messer hab ich denn noch? Falsche Richtung. Hier. Nein. Jetzt komm halt. Na komm. Die schaff ich nicht wahrscheinlich. Die bist zu weit weg, ne? Dachte ich mir schon. Aha. Nein. Der ist zu weit weg. Okay. Komm schon. Rüber. Rüber. Schnauze. Schnauze. Gute Nacht. Deckungsattentat. Sehr schön. Darüber. Oh oh. Shit. Shit. Shit, das war natürlich nicht so geplant. Oh, was soll es? Sehr schön. Die Tempsel werfen wir. Das ist ja keine, keine schwere Sache. Gute Nacht. Aus dem Gebiet fliehen. Ja, machen wir gleich. Aber ich würde sagen, genau. Genau. Guck mal. Und tschüss. Jihau. Hat mir sehr gut gefallen. Yes. Du hast die Trophäe erhalten. Na dann. Sehr schön. Schauen wir mal, dass wir hier irgendwie an Land kommen. Sehr schön. Dann schaue ich nochmal in die Fähigkeiten rein. Na, in die Fähigkeiten wollte ich reingucken. Hier. Drei. Wir brauchen noch einen. Dann können wir den hier machen. Weil die, das ist natürlich ja, Schleichwürdigung verbessert sich um zusätzliche Elf. Sie wird schnell entdeckt. Okay. Wir machen das hier auf jeden Fall. Mehr Messer und so weiter. Und in der Folge, da würde ich sagen, wir machen noch einen Abstecher zum Händler. Da haben wir doch einen Händler. Komm, wir nehmen einfach den hier. Jawohl. Rüber. 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 Da hoch. Da hoch. Rüber. So. Okay. So. Okay. So, ganz war das nicht geplant. Komme ich jetzt da weiter. Ich würde gerne da irgendwie hochkommen. Da rüber. Da rüber. Darüber. Da hoch. Dann halt auf die Art. Was soll das? Sehr schön. Das ist wahrscheinlich der Vorläufer vom Omnibus oder so. Diese Doppeldeckerbusse. Da rüber muss ich. Okay. Na, dann wollen wir mal. Jawohl. Da rüber. Jihau. Von Brücke zu Brücke hangeln. Auch nicht schlecht. Na, komm. Na, komm. Darunter. Naja. Ganz so war es nicht geplant. Aber was soll das? Ist auch egal. Da rüber. Da rüber. Na, komm. Nein, nein. Geh doch hoch. Komm schnell. Da rüber. Jawohl. Da rüber. Jawohl. Na, da rüber. Da rüber. Da rüber. Da rüber. Zickeli. Zackeli. Zuckeli. Sehr schön. Kleiner Run. Über die Temse. Wunderbar. Und dann hinein in die Fluten. Na, ich hoffe, ich werde hier nicht überrollt von so einem Schiff. Fände ich jetzt nicht so nice. So, wo ist denn der Händler? Da hinten. Alter Schwede. Oh, oh. Und da kommt mir natürlich noch gleich was in die Quere. Alter. Die Kinder befreien mal wieder. Ich wieder, ne? Ich wieder, ne? Was los ist? Was ist los? Nichts ist los. Okay, dann eben so. Komm schon. Okay. Da steht auch noch einer. Die schaffe ich auch noch. Oh, das gibt's ja nicht. Da stehen wir lauter Leute im Weg. Geh doch mal aus dem Weg hier. Guck mal. Schau. Ich versuch das jetzt mal einfach auf die Schnelle. Na, da ist der Knilch. Mist. Oh, oh. Tschau. Ich hoffe, das klappt. Jawohl. Oh, oh. Okay. Hoch da. Oh, oh. Befreien. Na, ich könnte wetten, dass ein paar vermisste Freunde sehr motivierend würden. Okay. Immer noch kein Fortschritt. Ich habe natürlich jetzt keine... Aber hier habe ich... Na, das ist vielleicht keine gute Idee. Was ich aber habe, ist noch der hier. Da ist noch der kleine Master Daniels plötzlich verschwinden würde. Für euch alle gibt es heute kein Abendessen. Aha. Da unten ist auch noch einer. Na, komm. Shit. Das ist natürlich blöd. Nein, nein, nein. Scheiße. Ich habe keine Wurfmesser mehr. Eigentlich wollte ich ja nur zum Händler, ne? Tragen? Habe ich den schon geblündert? Ja, habe ich. Shit happens. Ja, ich könnte wetten, dass ein paar vermisste Freunde sehr motivieren dürfen. Ja, ja. Na, na. Shit. Gebt doch nicht. Shit. Aua. Na. Na, komm schon, du Arsch. Du hast gar nichts. Komm schon, du Sack. Ich muss mich mal ein bisschen konzentrieren nebenher. Ähm. Gute Nacht. Besten legst du dich gleich mal dazu. Hielte ich natürlich für eine gute Idee. Ciao. Ciao. Sehr schön. Na, komm. Ich bin falsch. Ich muss da rüber. Sehr schön. Ah, die Folge war wieder viel zu lang. Jawohl, geschafft. Na ja, ich weiß nicht ganz gut die feine englische Art, aber was soll das. Keinen Alarm auslösen, na, immerhin. Ja. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Flickwerkumhang, okay. Na, und wie das dann weiter geht, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed. Und zwar werden wir uns dann mal hier, ähm, 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 diesem hier widmen. Ne? Fähigkeitspunkt. Ja, wie gesagt, in der nächsten Folge dann. Und damit verabschiede ich mich für diese Folge von Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao, ciao. Have a nice day.